hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video auf meinem kanal ja ich werde dieses video jetzt aufnehmen und ich sage es exakt noch einmal weil es mir sehr gegen strich geht aber ich kann nichts dagegen machen youtube macht einfach nichts dagegen gegen diese ganzen scheiß scam kommentare aber ich habe wie ihr in den post gelesen habt ja über vier stunden jetzt am wochenende nur kommentare gelöscht das geht man einfach auf den sack und das kann ich so nicht weitermachen dann war halt noch die idee dass ja ich die kommentare komplett deaktivieren und nur manuell was genehmigen aber damit habe ich erstens genauso viel arbeit wenn ich es komplett deaktivieren kann ich viel schlechter mit euch interagieren ihr könnt keine fragen mehr stellen und so weiter und die mehrheit hat jetzt auch dafür abgestimmt das ist alles so bleiben soll also mit rund 75 prozent habe ich mir auch ehrlich gesagt schon gedacht aber es nervt einfach weil ich kriege auch extrem viele privatnachrichten und auch e-mails ohne ende hey hast du mich hier wirklich kontaktiert ist das games das betrug und hey ich habe da jetzt meine kryptos hingeschickt sind die alle weg verwaltest du die jetzt für mich leute ich werde euch nie niemals niemals dazu auffordern mir per whatsapp zu schreiben mir eure wallet und eure seed phrase zu geben oder irgendwie in irgendeiner form mir geld zu senden das müsst ihr einfach selbstständig erkennen dass das game ist dass das betrug ist wir gehen jetzt noch mal diese typischen maschen durch damit ihr das einfach erkennt es bezieht sich natürlich hauptsächlich auf kommentare hier auf meinem kanal so das erste die leute kopieren meinen namen mein profil bild und geben dann da irgendwie nummer und so weiter rein ich habe das mittlerweile anfangs schon so gemacht dass ich einfach wörter wie whatsapp in verschiedene schreibweisen und so in den spam filter gepackt habe dann sind 90 prozent der kommentare schon nicht mehr aufgetaucht aber die leute sind nicht blöd leider die scammer werden auch immer schlauer und tricksen das dann so ein bisschen aus indem sie einfach whatsapp in so anderer schriftform hieroglyphen oder sonst irgendwie was schreiben oder teilweise ihren namen direkt mit ihrer whatsapp nummer nennen und dann brauchen sie nur noch in die kommentare so ein smiley hier schreiben und die nummer und darauf verweisen und senden sie mir eine nachricht um diese diesen spam filter halt zu umgehen von daher es wird nicht besser und ich komme nicht dagegen an das ganze zu löschen aber das ist alles scam leute erstens wenn ihr kommentare von mir seht also wenn ich irgendwo antworte dann wird mein kommentar hier gehighlighted sprich mein name wird so in einer grauen schrift und so weiter noch mal auftauchen dass es wirklich ich bin es ist leider kein verifizierungshaken dazu bin ich noch zu klein aber ich werde euch niemals danach fragen ja also das ist zu 100 prozent scam das es ist einfach scam aber ich kann dagegen nichts machen weil das nächste problem ist youtube hat ja eigentlich eine ganz schöne funktion dass man die leute rausfiltern kann sprich man kann den nutzer dann anklicken und den auf dem kanal ausblenden dass er halt nicht mehr kommentieren kann das problem ist aber dass das die alten kommentare also die bereits vorhandenen kommentare von ihm nicht löscht das heißt wenn der jetzt er ist ja natürlich mit dem bot unterwegs macht das per copy and paste und da sind 100 kommentare unter meinem video dann kriegen 100 kommentare diese antwort und deswegen dauert das dann teilweise eine halbe stunde bis ich nur einen einzigen deppen von meinem von meinen kommentaren da weg geblockt habe so und dann macht er sich einfach innerhalb von drei sekunden neuen account und macht das gleiche noch mal von daher ich komme da leider einfach nicht mehr gegen an und die umgehen den spam filter und youtube ist einfach zu dumm diese funktion einzuführen dass wenn man einen nutzer blockiert hat das automatisch auch alles kommentare alles was dieser nutzer geschrieben hat verschwindet das kann doch nicht so schwer sein dafür irgendwie ein algorithmus oder so einzuführen also das geht mir so auf den keks hier dann die nächste das sieht dann noch mal ein bisschen unterschiedliche aus auch hier extra wieder whatsapp in so hieroglyphen gepackt damit es nicht im spam filter landet ja selbe schema dann die nächste geschichte ganz ganz schlimm und eklig das sind solche extrem großen langen kommentare ja da sagen immer leute die loben erst mal das video und so dass es anfangs weil wenn du nicht auf mehr anzeigen klickst wird das nämlich nur bis hierhin angezeigt so dass wir das einfach nur ein ganz tolles lob und so weiter und dieser kommentar kriegt dann immer ganz viele likes ich habe hier jetzt innerhalb war relativ schnell davon screenshot zu machen aber normalerweise wenn diesen kommentar eingepostet haben weil das ja eine ausführlicher text ist filtert youtube das ebenfalls nicht als spam raus und dann loggen die sich in 30 verschiedene andere accounts rein liken diesen kommentar hoch dass auch auf jeden fall oben angezeigt wird und die anderen leute kommentieren dann hier unter ganz schnell so von wegen ja er hatte recht das ist mir auch so passiert die verweisen dann hier immer auf irgend so einen offenen anderen scammer also auf ihren mentor der ihnen zehn bitcoins in einer woche geschenkt hat oder erwirtschaftet hat und diese kommentare darunter kommentieren dann halt oh ja das hat bei mir auch super funktioniert und das ist halt wirklich so eine geschichte ich weiß dass es gerne ist viele wissen dass es gerne ist aber wenn man jetzt das allererste mal vielleicht irgendwie ein crypto video oder so sieht dann kann es sein dass man darauf reinfällt ich bin da ehrlich ich habe 2009 10 als ich so angefangen habe crypto videos zu schauen ich habe mir dann erster linie auch nichts böses bei gedacht ich wollte ja was lernen haben die kommentare geschaut und da ist jemand der sagt ja der und der hat eine geile plattform der kann einem helfen und so weiter und ganz viele andere leute kommentieren dann ja das hat mir auch schon geholfen der ist wirklich gut und so weiter ich habe dann ebenfalls drauf geklickt dann natürlich geschrieben dann war natürlich direkt die erste nachricht ja von wegen überweisen 1000 dollar dann sind bei mir direkt die alarmglocken angegangen dass es game ist aber anfangs wusste ich halt auch nicht und von daher das sind noch so die kommentare wo man wirklich irgendwie vielleicht drauf reinfallen könnte aber leute merkt euch immer wenn da irgendwo leute sind die unseriöse gewinnsummen versprechen auf ihren mentor in den kommentaren hinweisen das ist immer scam nicht manchmal oder häufig immer 100 prozent das ist immer scam ja fallt da bitte nicht drauf rein sobald in solche kommentare seht dass irgendwer auf seinen mentor hinweis er so und so viel bitcoins damit gemacht es ist immer scam es ist immer scam ja auch außerhalb von youtube natürlich wenn ihr angeschrieben werdet auf telegramm oder sonst wo auch per e mail sofern ihr dort irgendwie aufgefordert werdet ganz ganz schnell zu handeln irgendwohin geld zu überweisen sollten immer direkt bitte die alarmglocken angehen das ist immer scam ausnahmslos ja wie gesagt ich komme nicht mehr gegen an ich habe nicht 24 7 zeit dort kommentare zu löschen und das komplett die schaffen es halt leider den spamfilter zu umgehen ich habe ich weiß auch nicht warum ich habe dann auch da das meistens auch immer der gleiche text ist dann so wörter wie beitrag oder so einfach in den spamfilter gepackt aber diese kommentare tauchen trotzdem auf also so richtig scheint der spamfilter da auch nicht zu funktionieren das geht mir ziemlich auf den sack youtube macht einfach nichts dagegen und ich kann nichts weiter dagegen zu tun ich kann nicht 24 7 kommentare löschen ich möchte gar nicht wissen wie das ist wenn ich keine ahnung in 100.000 abonnenten oder so irgendwann vielleicht mal haben sollte und ich habe ja jetzt schon vier stunden teilweise dabei also ja immer wenn ich irgendwie zeit über habe und es mir ausfällt werde ich es natürlich trotzdem versuchen alles irgendwie zu löschen zu deaktivieren diese leute zu blocken aber wie gesagt das ist ein aufwand von 30 sekunden sich einen youtube-kanal zu erstellen und zu kommentieren also ja die werden immer wieder kommen ich werde es nicht vollständig umgehen können solange youtube da nichts gegen macht und das ist bei youtube eigentlich ein hoffnungsloser fall die kümmern sich halt den scheiß drum und ja das aber auf jeden fall dazu noch mal ganz wichtig ich werde es jetzt nicht noch mal sagen ich habe auch keinen bock es hat auch der ein oder andere vorgeschlagen dass das unter jedem video mit zum 30 sekunden eben anteaser oder so aber das geht einem dann auch auf den sack bei jedem video auch wenn ich es theoretisch einfach nur einmal drunter spiele und ja jeder kann das kippen aber trotzdem 90 prozent wissen halt bescheid darüber und die nervt die leute nervt das mich selber nervt das auch wenn ich da so ein disclaimer jedes mal und das video packen muss aber es sind halt leider wirklich zehn prozent die darauf reinfallen und für die leute tut es mir sehr leid aber ich kann nichts dagegen machen das ist jetzt hier die größte und letzte warnung noch mal kann nichts dagegen machen es wird leider nicht besser das ist das ist schmutz das muss youtube irgendwann mal in griff bekommen aber ich kann da leider nicht mehr tun von daher ja das war es mit dem heutigen video sehr sehr ärgerlich dass sowas immer wieder passiert dass youtube sowas duldet dass sowas überhaupt möglich ist aber ja ihr müsst da einfach selber schlau genug sein und auf solche geschichten nicht reinfallen dann müsst ihr selber einfach ein bisschen grips einschalten und ja mehr kann ich nicht tun wir sehen uns dann im nächsten video bewerten kommentieren nicht vergessen wir sehen uns dann weiter rein und dann weiter rein und wir sehen uns dann stay safe